Es gibt einen Weg, dich nicht auf die Kameraautomatik verlassen zu müssen und du kannst endlich die Fotos machen, die du schon immer machen wolltest. Blende, Verschlusszeit und ISO klingen verwirrend. Ich war genau dort, ich weiß, wie es dir geht. Die Blende ist für die Tiefenschärfe verantwortlich. Mit ihr kannst du beispielsweise einen Hintergrund verschwimmen lassen. Mit der Verschlusszeit lässt du eine Bewegung entweder einfrieren oder verwischen. Die ISO steuert die Helligkeit deines Bildes. Wenn du ein paar einfache Techniken und Tipps weißt und beherrschst, übernimmst du die Kontrolle über deine Kamera. Verlass dich nicht mehr auf die Automatik, sondern beginne genau die Fotos zu machen, die du schon immer machen wolltest.